Da steht Exit und ich wetsch mit euch, da komm ich nicht raus. Ach, wer hätt es gedacht? Guten Tag. Was geht ab? Ich, äh, müde, lustlos. Heißt nicht, was wir heute machen. Wenn der Andi jetzt da wäre, würde ich sagen, okay, komm, spiel Apex und so. Äh, der Andi ist nicht da. Ja, Prost, Leute. Wochenende ist schon, äh, super, ne? Das ist der Totally Accurate Battle Simulator. Das ist ein Exit-Spiel, das ich gerade erworben habe. Das werden wir uns heute mal angucken. An Introduction, okay. Ja, aber das geht jetzt einfach los, oder was? Keine Erklärung, kein gar nichts. Okay, da sind so Viecher. Kann ich auf Start drücken. Das ist, äh, eine sehr magere Einleitung, weil ich jetzt nicht viel schlauer bin. Hä? 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 Au. Ah, die Steine sind sehr effektiv anscheinend gegen meine Schilde. Was? 100.000? Ah, guck mal, wir haben gerade gelernt, dass die Steine gut gegen Schilde sind. Bis mit meinen Sperrwerfern, haben die keinen Bock mehr. Dump, dump, dump. Okay, das war scheiße. Hm, wie mache ich eigentlich? Ah, guck mal, andere Maustaste kann ich einzeln. Das heißt, ach, guck mal, Bone Mage, hab ich gar nicht gesehen. Ah, joh. What the fuck? Was ist das denn? Hä, was ist denn mit denen los? Okay, ich hab meinen, äh, Mammut. Was tut dieser Mammut? Nice, Mr. Mammut. Das ist so behindert, ey. Was geht denn da ab mit denen, Mann? Blah, 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 blah. Ah, Meifling-Armee. Die Hobbits greifen, Mann. Haha, machen die denn da, Alter. Das sieht nicht nach einem Kampf aus, das sieht eher nach einem Gangbang aus. Na, wir machen mal so eine Vogelschurche. Was auch immer diese tut. Die wirft einfach mit Tauben. Die regeln jetzt. Was ist mit denen, Alter? Wie behindert sind die? Die haben ja schon mindestens so viel gesoffen wie der Raddick. Ach ja, ist ja dein Traum. Wie besiege ich die denn? Vielleicht mal zwei Katapulte? Einfach zwei Katapulte, easy. Fuck, hat mein Katapult sich selber gekillt? Mein Katapult killt sich einfach selber. Bam, bam. Wow. Ja, jetzt stehst du einfach nur rum. Stier gegen König. Hier kommt der König. Ja, okay. Ja, guck mal, ob uns der Katapulte helfen kann. Macht der Katapult überhaupt nicht, Mann? Katapult. Ach, komm mal, Alter. Zwei aus unserem eigenen Team gekillt. Hammer, ey. So, jetzt aber letzter Level. Ah, könnte man die dazu sagen. Zack. Ah. Bam. Okay, das Level ging zu schnell. Ja, okay, machen wir das nächste Mal. So. Das ist auf jeden Fall ein sehr witziges Spiel. Wir gucken mal, was der Andi gerade so macht. Sollen wir ein bisschen ein Ei packen? Jo. Noch einer. Ah, hinter mir ist auch noch wer. Ja. Komm, noch einen. Bam. Ich bin tot. Alter. Hau ab. Der hat mich verwichst. Komm, ich bin hier finishen. Einer kommt nicht rein. Alle dead. Alle dead. Nein, ich hab mich selber... Alter, ich treff nicht einen Schuss. Alter, ihr lasst mich hier wieder alles kalt verwecken. Bogen. Ja. Ihr lasst mich hier irgendwie einfach voll alleine, ey. Der kommt zu seinem Mate hier. Nice, Andi. Ich glaube, ich hab da jetzt vier Stück oder so geholt, ja. Ja, nice, ey. 1100 Damage. Guten Tag. Bar. Was für Bar. Die Mella, ekelhaft, ne? Wir machen Outlast. Muss ja irgendwann mal durchkommen, wa? Ich hatte gehofft, mal als... Ausrufezeichen Scare. Aktiviert. Nee, dafür haben wir nicht genug Pampers hier. Ich hab keine Ahnung mehr, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Okay. Muss ich hoch? Muss ich runter? Weiß das noch irgendwer? Ich weiß das nicht mehr. Frage ist ja, von wo sind wir da gekommen? Weil ich hab jetzt hier ein, zwei, drei Möglichkeiten. Ich könnte hier, ich könnte da und ich könnte runter gehen. Okay, wir haben nur eine Möglichkeit. Ich hab mir vorgenommen, dass ich mich heute nicht erschrecke. Der ist ganz schön langsam im Wasser, der Dude. Gefällt mir nicht so. Ich hab schon wieder so ne Pumpe, ne? Mein Herz macht schon wieder Sachen. Was ist das hier für ein Scheiß? Ist das eine Leiter? Nein! Geh doch hoch! Spring! Spring! Geh doch da hoch! Was ist mit dir? Wo ist der? Okay. Nein! Warum? Ich will dir nur helfen. Verpiss dich, Mann. Geh weg! Huh! Hallo! Okay. Jetzt speichert's. Find ich nicht so gut. Ich hab schon wieder Zittrigen. Huh! Wo kommt er denn auf einmal her? Mama! Klar muss ich wieder durch so ne Scheißlücke. Warte mal, waren wir nicht hier schon mal? Alter! Was geht denn hier ab? Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, den zweiten Teil spiele ich. Das schaffen meine Nerven nicht. Das schaffen meine Nerven nicht. Ich hab tausend Puls. Tausend! Hä? Ich bin jetzt ganz schnell hier weg. Leute. Wie geht die Pumpe? Da ist noch eine andere Tür hier entlang. Nö, Arschlecken. Piss dich. Geh weg. Voll die Flucht hier. Okay. Boah, siehst du abgefuckt aus, Digga. Ey, ich mach das gut, ne? Seid ihr stolz auf mich? Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Gute Fuck. Wie ist das? Nee, geh weg. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich dich seh. Der hat ja nicht mal ne Buchse an. Er zeigt mir hier seinen nackten Arsch. Das ist ja ekelhaft. Ey, wenn du mir jetzt meine Finger abschneidest, ne? Nee. Was ist denn mit ihm? Ey, jetzt kann ich doch keine Kamera mehr halten. Say close. Komm. Komm zu dir. Ah, er kotzt erst mal. Wir verschwinden. Weil hier ist ganz schön scheiße. Da steht Exit und ich wetsche mit euch. Da komm ich nicht raus. Ach, wer hätte es gedacht? Hallo. Komm, 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 komm. Oh fuck, jetzt sitze ich hier in der Falle. Lass mich in Ruhe. Arschloch. Lauf, 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 lauf. Drück, 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 drück. Schneller. Schneller. Okay, das war gar nicht mal so leicht. Das ist jetzt hier nicht euer Ernst, ey. Wo soll ich denn hier lang? Ah! Oh, ich hab das Spiel weggemacht, ey. Oh. Hey? Sorry. Ey, wenn ich jetzt W drücke und vorwärts gehen will, dann öffnet, dann macht der mein Spiel immer weg. Hab ich jetzt den Rechner kaputt gemacht? Keine Ahnung, was du hier wieder aktiviert hast, ey. Und das machen wir jetzt. Also, ab geht's. Abfahrt! Ich rausche. Mal was denn da an. So besser. Wir gucken mal, was der Endboss so drauf hat, ne? Okay. Fuck. Was? Fuck. Was? Okay. Was? Okay. Was? Drei Punkte, Alter? Die haben doch gesoffen, Alter. Die sind doch richtig besoffen, ey. Ja. Das ist ja gut, ey. Was? Ist das jetzt ein Scherz, oder? Ich soll den auch noch vorher wieder machen? Alter, die haben doch komplett gesoffen, ey. Oha. Oha. Ja, Leute. Das gibt dann noch die nächsten vier, fünf, zehn Sessions. Machen wir noch den Endboss. Freut ihr euch schon? Das ist das, deine Kraft. Was? Diese elende Missgeburt, ne? Mann, immer wenn ich mich heilen will, ey. Komm, ey, verpiss dich. Oh, ich hab keinen Bock mehr, ey. Irgendwie sehe ich kein Land bei den Bossen heute, ey. Nimmt mir ein bisschen meine Motivation. Ja, wir haben nichts besiegt heute. Ist sehr enttäuschend. Die beiden Bosse, die beiden letzten sind krass. Werde weiterfahren und werde die Macht erfüllte sterbliche Klinge mehr erkämpfen. Und dann wird der Niederhöschen erzählt. Dennis hat nach einer 56-stündigen Non-Stop-Offline-Session mit Cheats keinen Erfolg bei Yishin gehabt. Er beendet damit seine Sekiro-Karriere. Mella musste während des Outlast-Streams 20 Mal ihre Hose wechseln. Der Chat ist heute immer noch am Tanzen. So ein Video ist schon was Tolles. Vor allem, wenn es umsonst ist, oder? Wisst ihr, was noch umsonst ist? Ein Abo. Einfach auf den roten Button unter dem Video klicken und ihr seid dabei.